heute mal bei was anderem und zwar spiele ich heute colorblock und es geht schon los ja falls euch das video gefällt daumen hoch falls euch nicht gefällt daumen runter abonnieren damit keine weiteren coolen videos mal verpasst und die blog aktivieren ja jetzt hätte ich gesagt los geht's mit dem video eigentlich geht schon los wir warten mal bis zur nächsten runde ab nur kleiner hinweis wer colorblock nicht kennt da weiß man echt nicht mehr weiter außer die neulinge noch schnell eine sache ich spiele heute auch zum ersten mal auf dem handy ich weiß gar nicht wie ich das hochladen soll weil ich weiß um ehrlich zu sein nicht wie das geht aber heute bin ich mal am handy wir ich tor noch ganz viele andere spiele testen aber in verschiedenen videos meine abonnenten sind auch so schnell gestiegen zu 57 glaube ich bei 100 abos gibt es glaube ich ein special und wenn ich alt genug bin dann werde ich auch bei ungefähr so keine ahnung 10.000 abos ja werde ich dann ein face reveal machen wenn ich 18 bin so nächste runde beginnt so was nimm war ich nehme das hier oh wir sind riesen okay es geht los zeilen zeilen wo ist zeilen da ich bin drauf glaube ich ja ich bin gerade hier auf einem anderen account ich bin heute mal nicht auf meinen paul lachen 20 20 12 oder dinge da das eine den einen account da bin ich heute nicht bin hier auf meinen paul 28 20 12 fällen und da sie ja und da sie ja jetzt hier durch das spiel so groß ist sie größer als normale spieler ich glaube die meisten spiele werden bekannt sein also die ich in verschiedenen videos aufteile diese spiele werden glaube ich bekannt das war dumm warum man ja und sie hat wieder gewonnen 3 2 1 ok ich nehme das doch ohne bitte nicht das mit den ventilator das wäre boobieb anney great gott zum glück nicht das mit den ventilatoren ich wäre der erste der rosenmäher rosa das ist überhaupt der unterschied zwischen rosa und pink rot meine lieblingsfarbe selbes by the way auch meine lieblingsfarbe wo ist lila das ist magenta anney magenta ist bisschen so ist magenta gott nee dieses mal völlig nicht wieder drauf rennen also ich wollte darüber sprechen wo ist gray da 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 und tschau nur noch ich und sie oh das muss ich gewinnen ich habe schon mal schon mal gewonnen die ist so gut ich glaube ich werde rausfliegen ah meine zwei lieblingsfarbe ja 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 nein ich bin ein bisschen zu laut schwarz 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 schwarze ja ich bin echt zu laut ja und da bin ich also mein angezeigter name ist äh general unterstrich germany aber mein äh username ist paulachen202012 wir könnten auch beiden glaube ich suchen ach Gott oh äh nehmen wir das ja werden sich richtig ab magenta das ist ein sehr großer vorteil wenn jetzt zum beispiel da können wir dann rüber springen mache ich aber nicht weil ich habe sorgen science ich teste es oh großer vorteil ich gehe nach da oh das ist so ein großer vorteil dann werde ich safe gewinnen nach fünf minuten später ich habe verloren oh Gott eine drehung in der luft ich kann das endlos machen ja guck magenta magenta oh Gott ich dachte ich dachte das wäre äh ich kann nicht ich kann nicht mehr das war knapp dunkelblau ist das dunkelblau oh ich habe nur noch wieder drei oh das muss ich gewinnen das muss ich gewinnen braun oh Gott es geht halt auch immer schneller und schneller warum bist du da hingelaufen warum bin ich ach egal wo ist hellrot wo ist hellrot nein sag ich doch ich verliere ich habe es geahnt ich habe es geahnt ich habe es geahnt ja gewinner ist unterstrich 2000 5 4 3 2 1 nein das ja doch ich bleibe hier drauf ne dreifach ich kann es nicht schnell genug lesen ich bin ja 10 Jahre alt und äh Kinder in meinem Alter geht ihr überhaupt noch euren Kindergarten besuchen ich gehe am Dienstag meinen Kindergarten besuchen interessiert zwar niemanden aber okay boah ich liebe Sommerferien sorry dass in den letzten äh Wochen keine Videos kamen oder sogar Monate äh ich hatte einfach keine Zeit ich habe so viel um die Ohren zur Zeit aber manchmal darf ich auch Handy spielen und ähm ja auch heute habe ich äh habe ich geguckt wie man so Videos am Handy macht und ja jetzt habe ich es geschafft und ähm ja mache hier gerade ein Video das Video geht auch schon 8 Minuten aber ich höre erst bei 10 oder so auf ne das Video endet natürlich jetzt natürlich nicht mein Gesicht ihr müsst mal bei meinem mhm ihr müsst mal bei meinem äh anderem Account müsst ihr mal den das Avatar sehen das sieht so lost aus mit diesem Gesicht ich habe mal sowas gesehen das ist von Pokémon da waren aber Roblox Gesichter integriert und da war dann so ein äh keine Ahnung wie das heißt und das sah so creepy aus ich meine was für creepy das sah so lost komisch aus wie wow ich bin ich bin voll weit oben wo ist schwarz oh ich bin ganz oben wow 416 hellrot 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 sollte aufhören zu schreien red oh letzte Stage die darf ich nicht fuck fuck guckin ihr wisst was ich meine kein Bock dass das Video von YouTube gesperrt wird deswegen sage ich so solche unangebrachten Wörter nicht ich mache die Runde hier noch schnell zu Ende weil dann höre ich auf mit dem Video ich werde hier auch gar nichts skippen ja 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 ach komm ach komm es lebt noch jemand ach ich kann jetzt schon mal sagen wie die die ist auch noch so hoch alter rosa 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 nein okay Leute das war es mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja daumen hoch falls es euch nicht gefallen hat daumen runter abonnieren damit keine weiteren coolen Videos mal verpasst und ja dann hätte ich jetzt gesagt adios amigos ciao bella strata tella das war es ich ich Vielen Dank.